Wo geht's als nächstes hin? Schau mal, was soll das machen? Das scheint ja der Palast zu sein, der eigentliche. Wölfe... Mikena... Okay... Das sieht mir sehr nach Banditen... ...Pultisten oder sonst irgendwas aus. Die lass ich mal. Ich kann ja mal irgendwann nochmal wieder hierher zurückfahren. Ich kann ja mal wiederholen. Ah. Na, 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 na. Einfach querfeldein. Nehmen Sie, dass wir ein Militär laden. Jupp. Okay, das lassen wir dann auch mal. Oh, was haben wir denn hier? Ich muss noch ein bisschen Holz einsammeln. Da gibt es jede Menge Holz. Lauter Holz. Kann ich dir heute behilflich sein? Diese Soldaten schikanieren mich. Ich kann nicht mal in die Nähe ihres Lagers. Schikanieren sie dich? Oder verhindern sie, dass du plündern gehst? Ach, aber sie haben so viel. Vor einer Schlacht opfern sie den Göttern wahre Schätze. Ich kann dir ganz genau sagen, wo du suchen musst. Du willst, dass ich sie kaufe? Ja, ich verrate dir den Ort. Wenn du mir ein paar Drachmen dafür gibst. Okay. Hier, nimm das. Wann wirst du noch mal sehen. Bekann du, dass du das für den Göttern haben? Du wirst von dir das liebte Lager ganz sicher sein. Aber das ist doch ein bisschen lang zu streichen. Look, du weißt, nichts. Wie? Oh, dein verletzt. hier freut sich keiner mich zu sehen wieder vergessen So. Wollte ja gerne hierher noch gehen. Bestimmt irgendwie Taufmission. Irgendwas unter Wasser suchen, aber da findet man meistens was Schönes. Wollte ja gerne hierher. Lieber mal nicht vor den Berg springen. Hier können wir es erst tun. Phöbische Raguna. Natürlich Heil. Aber die sind nicht so schön. So gut. Missed. Mist. Ja genau. Okay, Anna ist weg. Und Nummer zwei. Und, und, und. Und da was. Saturus. Und die, uh, lauter Walskelette. Ich wusste doch, dass man hier irgendwas Schönes findet. Und das Wasser ist hier einfach. Was wir jetzt hier so gefunden haben. Rüstiger Stab. Rüstiger Stab. Gut. Dann können wir den alten rüstigen Stab ja zerregen. Nächster Stab. Verzitter Stab. Verzitter Stab. Verzitter Stab. Verzitter Stab. Anja. Verzitter Stab. Es gibt da's. Verzitter Stab. Verzitter Stab. Der war Türvers. Ich glaube, beim Alten... So, wohin geht's als nächstes? Hier sind wir ja fertig. Nach Korinth müssen wir ja auch noch, eigentlich. Wie gesagt, ich würd's hier gern noch fertig machen, weswegen... ...machen wir hier noch die Ruinen des Perses und das Ganze hier noch fertig. Ja, los geht's! Dann fahrt man ein Stückchen übers Wasser. Dann gehen wir da vorne wieder an Land... Das Boot ist nichts für tiefe Gewässer. Ja, ja, ich weiß, deswegen fahr ich ja vielleicht wieder ans Land. Siehst du, da sind wir schon wieder. Gibt's noch Fragezeichen, die wir uns näher legen, als das, wo wir jetzt gerade hingehen? Genau. In Argos haben wir noch was? Ich muss ja nicht den ganzen Weg zu Fuß laufen. Ich kann ja auch mal Spellreise benutzen. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 5 Minuten später 5 Minuten später 6 Minuten später 6 Minuten später 6 Minuten später das nächste Grab auf, aus, ähm... Nein, nein, das bleibt dann das nächste Grab, ne? Wer ist üblicher? Äh... Wer durch? Upsa! Ja? Hier haben sie Fallen. Und Schlangen! Und Schlangen! Grüne Apfel, da hat denn der sich hier drin noch Fisch gehalten. Ha! Das war nicht schlau. Ich wollte doch nur das Leder holen. Das kann mir jetzt aber gestohlen bleiben. Laufbeult. Und da haben wir noch eine Stähle. Ja. Das gibt uns nicht alle Fisch gehalten. Ja. 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 Fixed. Hoppla. Beinah. Und raus. Zap. Okay, Inventar. Schauen wir uns nun mal an, was wir da jetzt bekommen haben. Verdammt große Geaxt. Noch was? Na, die Rüstung, aber die kann ich noch nicht tragen. Kann ich noch nicht tragen. So, Fähigkeiten. Eidiges Attentat. Ich hätte da eigentlich eine Heldenschlau. Zeitverlangen. Das ist ja trotzdem schlau. Ja, das ist... Ich brauch die ja zum Abblicken. Diese Zähne. Und noch nicht. Und noch nicht. Dann hinten auf den Heben. Und noch nicht. Ich nehme diese Zähne. Und noch nicht. Zerbindigen Schnellfehl Ist gleich ein Schuss Ein Schuss Ein Schuss Ein Schuss Ein Schuss bin mir nicht sicher ich würde das höchstleistung schüssen warte, wo geht's hin? nehmen wir als nächstes da hoch wenn ich hier so weit fertig bin dann gehen wir nach Burund da ist der Supermeda da ist der Supermeda dann können wir ein bisschen aufrollen na komm wenn wir schon hier sind da da ist der da ist der gut da ist der gut Es ist ja auch sicher allein gestellt. Komm mal hier vorbei. Ja, haben die mich jetzt gesehen? Ja, die haben mich gesehen. Bam! Bam! Das muss ein Traum sein. Ja, 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 ja. Das ist so eine Sauerei. Geht das zu denen? Alle jetzt, Schocker. Alle gehört zu denen. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Scheiße. Wurde Arbeit. Wir tun mal wo vorne raus. Ich mag das. Wurde, ich mag das. Was ist das? Ups. 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 Weiß er wo ich bin? Nee weiß er nicht. Ach Mist, er ist oben auf dem Dach. Okay. Ja es kommt ja natürlich gerade da raus. Okay. Geist, Geist! BAM! BAM! Zack, zack! Zack! Hast du Fremden? So! Mal schauen, wie ich euch ausgeschaltet bekomme. BAM! Wiers,бimm! Bist du Fremden? ja ja wo bin ich ja 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 Wow. Ich finde die Axt ein wenig brutal, aber nur ein bisschen. Ganz viel. Ganz viel. Ich mag die anderen Seite sagen sie nur an Platz. Genau. der last ist abgeschlossen ja ok wir können wir jetzt nicht wissen Vielen Dank.